Die nachfolgende Sendung, meine Damen und Herren, hat sich zur Aufgabe gestellt, mit in hermeneutischer Absicht den Zusammenhang zwischen einer individuell begründeten Analyse gesellschaftlicher Tatbestände und diskreter durch bla bla bla. So oder so ähnlich könnte man eine Sendung anfangen, liebe Zuseher, und schon bald erleben, wie ihr erbarmungsloser Finger jene Taste drückt, die sie aufwandlos in ein anderes Programm befördert und von sprachlichem Müll, von pseudowissenschaftlichem Bombast befreit, gewiss zu ihrem Besseren. Na ja, ganz schnell, wir reden heute über einen französischen Schriftsteller, der uns vorgeführt hat, wie wir gescheit, witzig, doch keineswegs oberflächlich über noch die verzwicktesten Zusammenhänge der Natur, des Denkens, der Gefühle, des Zusammenlebens reden können, ohne über unbeholfene Fremdwörter zu stolpern, ohne die Zuhörer mit den Stulpenstiefeln schwerer unbekannter Begriffe in die Flucht zu jagen. Wir reden von Michel de Montaigne, einem Schriftsteller und Denker des 16. Jahrhunderts, der sich die Freiheit nahm, die Dinge dieser Welt so zu betrachten und, wichtiger noch, so darzustellen, wie er sie sah und nicht, wie er sie in dicken, scholastischen Büchern vorfand. Mit dieser Sichtweise, mit dieser Ausdrucksform schuf er eine völlig neue Gattung in der Literatur. Er begründete die Kunst des Essays. Das war nichts weniger als eine kleine kopernikanische Revolution der Geistesgeschichte, nur im umgekehrten Sinne. Montaigne stellte wieder den Menschen in den Mittelpunkt des Geschehens, nicht die Theorie, nicht scholastische Systeme erklären uns die Welt. Nein, wir, wir müssen umbefangen unsere eigene Perspektive finden. Michel de Montaigne behauptete schlicht, aufschlussreich ist stets nur, was mir, dem subjektiven Betrachter eines Geschehens, bei der Analyse eines Vorgangs einleuchtet. Damit stellte er die Verfahren, die Gesetze, die Regeln der Wissenschaft nicht in Frage, das wäre ja töricht und gegen jede Vernunft gewesen. Er beharrte vielmehr darauf, dass es aber auch eine spezifische, einem jeden Individuum gemäße Perspektive geben müsse. Und er drückte das in einer literarischen Form aus, der er die gattungsgeschichtliche Überschrift Essay gab. Ein Essay ist, es verrät uns das französische Wort, ein Versuch, Essayé. Das französische Verb heißt, versuchen, sich einer Sache nähern, bedeutet es, sich herantasten an einen noch unbekannten Gegenstandsbereich. Im Vordergrund steht das Skeptische, das nicht von jeder Buchweisheit überzeugte Individuum. Montaigne selbst charakterisierte das so, ich beschreibe mich von oben und unten, von vorne und hinten, von rechts und links. Das kann man auch Selbstergründung nennen oder ein Verfahren, keinem Vorurteil auf den Leim zu gehen. Und aus der konkreten Betrachtung des Einzelnen auf den allgemeinen Zusammenhang zu schließen. Und das, jedenfalls im Fall von Michel de Montaigne, mit sehr, sehr viel Humor, oder sagen wir es in Verbeugung vor dem Autor, mit sehr viel Esprit, Erkenntnis, Aufklärung, intellektuellem Nasenpulver. Die scheinbar naiven, spielerischen, wenn Sie so wollen, experimentellen Fragen nach der eigenen Person in diesen Rätseln, sollen schließlich auch ein wenig Spaß bereiten. Michel de Montaigne, geboren 1533 als Michel Ekem, wurde in eine vergleichsweise wohlhabende französische Familie aus der Gasconi geboren. Sein Vater, ein außerordentlich gebildeter Humanist, gab den Sohn in die Obhut eines aus Deutschland stammenden Hauslehrers, der mit dem Bub aber nur auf Latein reden durfte. Französisch galt als ähnlich vulgär wie das Deutsche. Seine Muttersprache durfte Michel erst wieder auf der Schule in Bordeaux praktizieren. Familie erwartete ein Jurastudium, also studierte der junge Mann Jura, nahm im Stadtrat eine seiner Herkunft, seinem Studium, seinem Geldvermögen entsprechendes Amt ein, verhielt sich, nennen wir es den Regeln, konform. Was uns bei einem so freizügigen Denker fast ein wenig verwundert. Auch seine Ehe wird als eine aus Vernunftgründen geschlossene Beziehung beschrieben. Er heiratete die Tochter eines Ratskollegen. Durch Planung hin oder her, es kommen immerhin sechs Töchter auf die Welt. Vielleicht suchte er, vielleicht suchte Montaigne in georteten Verhältnissen Ruhe vor dem äußeren Unfrieden. Es herrschten damals in Frankreich spannungsgeladene politische Verhältnisse, ausgelöst durch religiöse Konflikte, konkrete durch das Erstarken des Protestantismus und dessen Bekämpfung durch die katholische Krone. Einen schrecklichen Höhepunkt fand diese Auseinandersetzung in der Bartholomäusnacht. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 1572, als, das fing in Paris an, erst in Paris später in ganz Frankreich, tausende von Protestanten, eben von Huguenotten, erschlagen wurden. Bereits ein Jahr zuvor hatte sich Montaigne auf sein Schloss zurückgezogen, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Denn der religiöse Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten machte natürlich auch vor Bordeaux nicht Halt. So sehen wir ihn in den nächsten Jahren in der Turmbibliothek seines Schlosses, Essay um Essay fertig stehend. Er darf sich jetzt Seigneur de Montaigne nennen, liest, lacht oder gähnt über die Klassiker, Schriften der griechischen und der römischen Antike und findet seinen eigenen Stil. Ein wenig angeregt vielleicht von seinem um drei Jahre älteren, aber früh verstorbenen Freund und Schriftsteller-Kollegen Etienne de la Boîtier. Mit dem Schreiben kommt die Selbstsicherheit, der Mut zum Witz, zum ausgefallenen Thema zur literarischen Attacke. So wird Montaigne ein früher und ausdauernder Widersacher von akademischen Talaren und allzu langen Zöpfen. Sehr wichtig ist ihm dabei, politische Unruhen hin oder her, das Reisen. Das Reisen einmal, weil Reisen neue Erfahrungen möglich macht, zum anderen, weil er an medizinische Kuren glaubt. Ein böses Nierenleiden plagt ihn, es plagt ihn aber genauso die Behandlung, die ihm seine Ärzte angedeihen ließen. Hat er, hat Montaigne sich auch über die eigenen oder andere Ärzte lustig gemacht? Na klar. Jemand, der in seinen Schriften darüber reflektiert, warum er den Beischlaf nur vor der Nachtruhe auf keinen Fall im Stehen ausüben kann. Der keine durchgeschwitzte Kleidung auf der Haut erträgt. Der darüber nachdenkt, warum er nicht ohne Hut das Haus verlassen kann. Zum Durstlöschen weder Rheinwein noch reines Wasser zu sich nehmen wollte, muss nicht nur einen lebenslangen Kampf mit Ärzten, mit Quacksalbern geführt haben. Er hat auch sein Mütchen an ihnen gekühlt. Aber das soll ihn hier nicht verniedlichen. Montaigne stritt gegen Hule Dockmann und deren Vertreter auf praktisch allen Gebieten. Der Gelehrsamkeit der Medizin wie der Religion, den schönen Künsten, der Rechtswissenschaft und der Ökonomie. In einem der zum Klassiker gewordenen Essays reflektiert er über den Kannibalismus. Die Projektion, diesen Versuch, den bösen Wilden zu erfinden, indem man ihm unterstellt, er frisst andere Leute auf. Und stellt diesem aus Hass und Furcht zusammengefüllten Bild des Fremden die Vision eines Menschen gegenüber, der eben nicht durch die oft zweifelhaften Segnungen der Zivilisation verunstaltet wurde. Der Essay über einige Vergilverse verrät uns nur scheinbar etwas über die Poetik des lateinischen Dichters, während wir sehr viel mehr über die Problematik des Kopulierens unterrichtet werden. Über, über ist unseres Dichters Lieblingswort, über die Kutschen erfahren wir in dem gleichnamigen Essay nicht viel, dafür äußerst Nützliches, über den Blick aus den Kutschen. Über den Dünkel erzählt uns von des Verfassers geistiger Veranlagung und so weiter und so weiter. Wir haben es vorhin bereits angedeutet, meine Damen und Herren, am Ende wissen Sie viel über die Welt, fast alles über den Verfasser und das Wichtigste, über die Kunst sich umblasiert auszudrücken. Und das ist der Grund auch heute noch, die Nase in Montaignis Werke zu stecken. Wir lernen, wie wir über die Darstellung unserer Neugier, die noch auf das Trivialste gerichtet sein kann, den Zusammenhalt der Welt erkennen. Der deutsche Philosoph Walter Benjamin, ein großer Verehrer Montaignis, hat das 400 Jahre später noch ganz aktuell nachexerziert. Sie lesen, Sie haben das Gefühl, die Welt und ihre Vergangenheit sitzen neben Ihnen, auf dem Sofa. Die Essays von Montaigne stehen nicht immer in engem inhaltlichen Kontakt miteinander, bisweilen bilden sie Muster, manchmal wird aber auch ganz einfach ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das macht die Zusammenfassung nicht leicht, hat also den Vorteil, dass der Leser der Montaigne umfassend kennenlernen will, aus keinem der gut 100 Kapitel einfach heraussteigen kann. Philosophieren heißt Sterben lernen, lautet der Titel eines der berühmtesten Essays in Bezug auf eine Erörterung des Sokrates über den Prozess des Denkens, der den Denkenden immer stärker entmaterialisiert, zeigt, wie er immer weiter von seinen Gefühlen befreit wird. Für Montaigne liegt das Problem in einem anderen Bereich. Für ihn sind Denken und Erfahrungen zwei untrennbare Prozesse, die erst mit dem Tod abschließen, die aber auch ständig unter der Perspektive dieses Todes gesehen werden müssen. Ein früher Existenzialist. Mit derartigen sich himmlischem Trost verschließenden Erkenntnissen, meine Damen und Herren, das sei ja auch noch schnell angemerkt, machte man sich damals keine Freunde in der katholischen Kirche. Kein Wunder, dass Montaignes Schriften auf dem Vatikanischen Index verbotener Bücher landeten. Nächstes Mal beim Thema Erfahrungen machen noch ein anderer Aspekt wichtig. Für Montaigne war auch das Schreiben ein Prozess, von dem er sich schwer lösen konnte. Er schrieb, korrigierte, verwarf, schrieb erneut. Es dauerte acht Jahre, bis der Autor den ersten Band der Essays zum Druck freigab. Erkennen und Schreiben sind Vorgänge, die eben nur abgebrochen werden können. So radikal Michel de Montaigne in der Verfolgung seiner Erkenntnisse und Selbsterkenntnisse war, so moderat trat er als politisch Handelnder auf. Im Streit zwischen Katholiken und Protestanten ist er wohl eher der katholischen Seite zuzurechnen, doch im Gedächtnis wird er als Vermittler bleiben, als einer, der den Ausgleich sucht. Dass Politik ein Spiel von Interessen, nicht das Durchsetzen von etwa von Moral war, musste ihm, dem studierten Rechtsgelehrten, niemand erzählen. Gelassen, so recht gelassen, stellt er sich uns als historische Figur nicht vor. Dafür hat er vielleicht auch zu häufig über das Vergängliche, über den Tod nachgedacht, dessen Schrecken er nur glaubte, bezwingen zu können, wenn er beständig davon redete, wie er sagte, mit laut zusammengebissenen Zähnen. Er starb übrigens, das war 1592, einen sanften Tod. Einen der sanftesten, den die Medizin kennt. Unsterblich war er da schon längst. Dafür hatten seine Schriften gesorgt. Und wenn uns der Autor nicht vor gefährlichen Komparativen in der Sprache gewarnt hätte, würden wir jetzt noch hinzufügen, und dank seines Espris wäre er immer unsterblicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017